Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Part von Banjo-Tui hier. Immer noch im Hexenpark, das Level zieht sich, aber auch, dass es knallt. Ich glaube, hier müssen wir jetzt... Ah, hier müssen wir erstmal Eintritt zahlen. Ja, ja, ist gut. Genau. So. So, ups. So. Wir schnappen uns natürlich, gehen in die Nähe von Mumbas... Nee. Oh, wie heißen die? Wumba? Auf jeden Fall zu der alten in Zwickwamm rein. Zu der Indianerbraut. Zu der süßen. So. Hallo. So. Relativ groß ist es, oder? Der Bär ist einfach nur... Oder Banjo ist einfach nur sauklein. Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr haltet. Nein. So. Ja, ja. Stell dich drauf. Lass dich feiern. Oh, jetzt lass mal überlegen. Nee, es ist in der Weltraumzone. Nee, ich hatte gerade übelst ein Blackout. Ich hab keine Ahnung gehabt, wo ich jetzt hin muss. So, so, so. So, dann bezahlen wir mal den Eintritt. So, müssen wir das mit dem Tütüt hier machen? Nee. Für Bär und Vogel gehen mein Samen. Also, nicht für so einen Mini-Transporter. So. 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 Dann gehen wir wieder zu dem Scooter und gucken mal, was der Knochenbrecher-Scooter so für uns bereithält. So. Also, Level 1. Ab geht's. So. 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 Ach, der sammelt die gar nicht. Ich hab grad gedacht, warum sammelt der denn keine? Ich sammle sie nur. So böse es klingt, glaube ich, dass das erste Level echt gar kein Problem ist. Ja, also, ich hab die 60 Punkte schon. So. So, dann gehen wir direkt zu Level 2. Ach, das brauchst du nicht wissen. Okay. 50 brauche ich, ne? Das dürfte aber auch alles gar kein Problem sein. Die Fans sind geil. Ouh, 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 ouh. Ups. Na. Komm. Jawohl. Wir haben schon. Genau, so das dritte Spiel Wenn das so einfach ist wie 1 und 2 Habe ich damit auch gar kein Problem Die Viecher sind geil So, wie viel muss ich jetzt schaffen? 40 Okay, and go Nein 40 Noch sieht's ganz gut aus Ah, naja Das Gute ist schon wieder relativ Boah, jetzt haben sie mich Boah, ich komm da fast nicht raus So Nein, nein, nein Jawohl Gut, geschafft So So, gar kein Problem hier Mal kurz Fertig gemacht Gute 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 So, wir müssen mal gucken Gute hallo und weiter geht's liebes youtube universum ich werde den part jetzt einfach so dazu rendern wahrscheinlich das macht mir die sache ein bisschen einfach ist dumm ich weiß nicht warum das spiel die ganze zeit die ganze zeit abschmiert keine ahnung so okay so das ist eine gute frage wie ich das hier mach ah ich kann ja doch ran gut wir genießen so hat sich das also auch schon erledigt ich müsste mal hier nach oben perfekt äh das ist jetzt aber doof hätte ich oben bleiben sollen ach nee hier kommen wir noch mal hoch so perfekt so perfekt den kann man hier auch lassen so so perfekt so ich hoffe die framerate macht mit sonst habe ich ein leichtes problem glaube bei diesem spiel man muss nämlich glaub irgendwas so okay so 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 ich glaube da kann ich schon wegen meiner steuerung gar nicht gewinnen weil die einfach so ungenau ist weil die einfach so ungenau ist weil die einfach so ungenau ist so 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 also ein paar fehlen mir sogar noch zum zweiten preis so 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 also den zweiten preis habe ich schon mal mo so ich ich mal auch mal Ach, ne Cheeto-Seite. Ich dreh durch. So, ich glaub, das war ein Fehler. Ja, war's auch. Dreck. So, ich probier das gar nicht. Ich probier's... ...anders. Ich würde jetzt zum Plateau zurückgehen und das nächste Rätsel, das nächste Puzzlerätsel mal lösen. Hä? Bin ich bescheuert? Wo ist denn der Ausgang? Da, ich laufe vom Ausgang vorbei. Da das der hingerendete Part ist, sag ich jetzt mal, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wird jetzt ein ganzer Part gewesen sein, die zwei mit dem Absturz. Haut rein, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao.